Wo man sich wirklich fragt, wieso haben die Menschen in Deutschland oder viele normale Menschen zu wenig Geld, während dann auf der anderen Seite irgendwelche Projekte, Entwicklungshilfe oder auch nicht, weltweit so viel Geld bekommen. Und das ist aber, wenn man sich ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt, dann ist es auch klar, weil man einfach wissen muss, dass wir sind immer noch, also Deutschland ist immer noch besetzt, es gibt immer noch diesen Besatzungsstatus und warum verhalten sich die Behörden so unfreundlich, also in Anführungsstrichen dem deutschen Volk gegenüber, weil es Besetzer sind. Und weil die Behörden eben nicht aus dem deutschen Volk kommen, sondern sie kommen halt eben von den, wir sind immer noch amerikanisch besetzt. Ihr Lieben, heute darf ich euch Matthias Langwasser vorstellen. Und zwar kennt ihr ihn sicher schon von seinem YouTube-Kanal, er hat auch lange Zeit in der Natur gelebt und dort ganz viele Informationen und Energien bekommen von der geistlichen Welt und hat auch diesen Regenbogenkreis gegründet, wo ihr mal reinschauen könntet. Und wir haben heute ein ganz interessantes Gespräch, es geht um die Zukunft von Deutschland. Lieber Matthias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf Smarana. Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Ja, du hast ja auch, lieber Matthias, durch deine Erfahrungen, die du so gemacht hast mit dem Leben, mit den Situationen, wo du warst, sehr viel Kontakt auch mit Medien, auch mit der geistlichen Welt, du hättest ja auch selbst durchsagen, soviel ich weiß. Und die Zukunft Deutschlands, das ist ja das, was uns allen so am Herzen liegt. Wie geht es mit Deutschland weiter? Was hast du da? Hast du vielleicht eine Vision dazu? Ich habe da auch noch was, was ich dann später gerne sagen würde. Aber wie fühlt sich das für dich an? Was geschieht mit Deutschland? Ja, sehr spannend. Ich habe ja gerade, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, also spontan zugesagt. Und ich sage dazu, dass die, ich habe mich jetzt vorher nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt, aber ich weiß, ich bekomme jetzt die Informationen, die halt einfach jetzt in die Öffentlichkeit sollen. Also von daher vertraue ich da auch meiner geistigen Führung, so wie du es eben auch machst. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, ich lebe nicht mehr in Deutschland, also aktuell. Also jetzt bin ich gerade in Thailand, ich sitze hier gerade in so einem Hotel, weil in Thailand, also da, wo wir unseren Vungalow am Strand haben, da ist eben das Internet sehr schlecht. Deswegen habe ich mich jetzt in so einem Hotelkomplex immer für die Videosessions eingemietet. Aber wir leben normalerweise in Portugal. Seit zweieinhalb Jahren. Und wir sind vor zweieinhalb Jahren eben aus Deutschland raus. Und das hatte, weil es passt natürlich auch zu dem, mit dem wir uns heute beschäftigen. Für mich war es so, dass ich, ich bin ja auch früher schon viel gereist. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, weil, liebe Monika, aber immer, wenn ich wieder zurückkam, habe ich einfach so eine Schwere wahrgenommen. Wenn ich wieder in Deutschland war. Und es fiel mir tatsächlich schwerer, fröhlich zu sein oder einer guten Energie zu sein, als wenn ich im Ausland war. Und irgendwann habe ich dann, obwohl mir das auch schwer fiel, aber irgendwann habe ich gesagt, ich gehe jetzt einfach dahin, wo ich mich leichter fühle und wo ich mich insgesamt besser fühle und folge einfach der Freude. Nicht mehr dem Pflichtgefühl oder dem, dass ich jetzt unbedingt, weil ich kann natürlich auch viel für Deutschland tun. Ich muss nicht, weil, wenn ich jetzt Videos mache, ist es egal, wo ich die aufnehme. Weil natürlich sind die Videos, die wir machen, sind natürlich hauptsächlich für Menschen in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Also für den deutschsprachigen Raum. Und ja, ich finde, dass schon viele, gerade jetzt sind wir in einer Zeit, wo einfach die, also ganz bewusst eben die Zustände schlechter gemacht werden für die Menschen. Also jetzt auf einer wirtschaftlichen Ebene zum Beispiel, aber auch dadurch, dass auch immer mehr Menschen aus anderen Ländern reingelassen werden, dadurch, dass auch viel Gelder abfließen. Ich hatte letztens mal mit unserem Telegram-Kanal eine Untersuchung geteilt, wie viele Milliarden an Steuergeldern in die unterschiedlichsten Projekte in irgendwelchen Ländern weltweit fließen. Hin bis China, bis Ruanda, irgendwelche Projekte, wo man sich wirklich fragt, wieso haben die Menschen in Deutschland oder viele normale Menschen zu wenig Geld, während dann auf der anderen Seite irgendwelche Projekte, Entwicklungshilfe oder auch nicht, weltweit so viel Geld bekommen. Und das ist aber, wenn man sich ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt, dann ist es auch klar, weil man einfach wissen muss, dass wir sind immer noch, also Deutschland ist immer noch besetzt. Es gibt immer noch diesen Besatzungsstatus und warum. Verhalten sich die Behörden so unfreundlich, also in Anführungsstrichen dem deutschen Volk gegenüber, weil es Besetzer sind, weil die Behörden eben nicht aus dem deutschen Volk kommen, sondern sie kommen halt eben von den immer noch, wir sind immer noch amerikanisch besetzt. Und das können sich die meisten Menschen nicht vorstellen, aber wenn man sich das Verhalten der Behörden anschaut, dann weiß man, warum das so ist. Ein anderes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel in die Schweiz geht, da kann man mit den Finanzbehörden sprechen, man kann verhandeln, man wird dort eher als Kunde behandelt. Warum? Weil die Finanzverwaltung in der Schweiz ja aus der Schweiz kommt und eben nicht gegen die Schweizer, zumindest nicht, was ich jetzt gehört habe, nicht gegen die Schweizer arbeitet, was man ja von den deutschen Behörden nicht sagen kann. Und das ist einfach, also diese Zustände, die haben sich halt immer weiter, seit ich das beobachte, immer weiter verschlechtert. Ich habe also, ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich habe mit jeder Wahl, als ich noch gewählt habe, gehofft, dass es besser wird. Und es wurde tatsächlich immer schlechter, wie ich sie irgendwann gesagt habe, ich höre einfach auf zu wählen, weil, ne? Ja, die sind ja, die Menschen, die gewählt werden, sind ja nur die Handlanger von den anderen, die Befehle ausführen, sage ich einfach mal. Das ist, die sind ja, wir denken oder viele denken ja, wir wählen jemand, einen Vertreter für uns, aber das ist einfach nicht so. Der vertritt niemals unsere Belange, sondern immer nur die Belange der Reichen, der Reichsten der Reichen. Und das, was du vorhin gesagt hast mit der Energie, das habe ich so sehr gefühlt. Ich habe ja mal fünf Jahre in England gelebt und immer, wenn ich mal nach Deutschland geflogen bin, dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist so eine schwere Energie hier in diesem Land. Und in England, wenn du ankommst, das ist so frei, du fühlst dich frei und von den Engeln getragen. Ja, und diese Schwere kommt von den Besatzungsmächten. Und das ist das, weil das lastet auf den Deutschen drauf, unbewusst, wir sind, wir haben uns da jetzt so dran gewöhnt, wenn du immer hier bist, nimmst du das gar nicht mal so sehr wahr, weil du eben denkst, das wäre normal. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr starke Energie, die hier auf Deutschland lastet. Und da habe ich auch eine Vision dazu. Eine Vision, die habe ich vor ein paar Tagen bekommen. Und zwar, wenn man Deutschland betrachtet, also in meiner Vision war das so, dass Aasgeier über Deutschland kreisen. Und wenn du den Aasgeier nimmst, der ernährt sich ja von totem Fleisch, sage ich mal. Und diese Aasgeier waren letztes Jahr noch ziemlich tief auf Deutschland. Und jetzt, seit Januar, gehen die langsam weg. Das heißt, die nehmen Abstand, weil in Deutschland aktiv was geschieht. Und das ist ganz interessant. Das heißt also, es ist was in Bewegung. Und diese Energie der Aasgeier, die können nicht mehr sich ernähren von uns Deutschen. Das sind alles Metaphern, die ich hier so erzähle. Und dadurch verziehen die sich. Und das ist ein super gutes Zeichen. Ja. Also sie sind jetzt weiter oben, sie können nicht mehr runter und sich so gut ernähren wie früher. Das ist diese Vision, die ich habe. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Und ich finde das sehr interessant, weil gerade wenn man mal dieses Thema Deutschland oder das deutsche Volk nimmt, das ist ja fast schwierig darüber zu sprechen, weil man sehr, sehr schnell in die rechte Ecke gesteckt wird, wenn man bestimmte Dinge thematisiert. Und das ist ja schon mal interessant, weil zum Beispiel, wenn jetzt ein Engländer sagt, ich bin stolz, Brite zu sein, dann sagen die ganzen Briten, ich bin auch stolz, Brite zu sein. Wenn ein Amerikaner das sagt, ist genau das Gleiche. Es ist eigentlich, soweit ich weiß, in jedem Land der Erde so, die Leute können offen darüber sprechen, dass sie stolz auf ihre Herkunft sind, dass sie stolz auf ihre Kultur sind und sie bekommen Zustimmung. Außer in Deutschland. Wenn du das in Deutschland sagst, dann bekommst du sofort Anfeindungen. Und ich meine, welches Volk wurde so gehirngewaschen, dass es noch nicht mal mehr stolz auf sich und auf seine Wurzeln sein kann, indem einfach diesem Volk permanent eingeredet wurde, dass es eben schuldig ist. Dass es schuldig ist, dass es schlecht ist, dass es eben schlimme Dinge zugelassen hat. Und was viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass es ja ein massives Umerziehungsprogramm gab nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Westalliierten, also insbesondere die USA, ein richtiges Programm sich ausgedacht haben, wo sie auch sehr viel, ich weiß gar nicht mal, wie der Name jetzt war, wo sie auch sehr viel Geld reingesteckt haben, um die Deutschen wirklich und mit dem Ziel, das Selbstbewusstsein der Deutschen zu zerstören, was ihnen ja auch zum großen Teil gelungen ist, muss man sagen. Also vielleicht bei den jungen Leuten nicht mehr so, die haben vielleicht gar keinen Bezug zu, die sagen vielleicht, okay, ich wohne jetzt halt hier in diesem Land, aber die wissen auch nicht viel, was die Vergangenheit und die Geschichte ist. Und ich bin halt der Meinung, dass ein Volk braucht seine Wurzeln und auch seine Geschichte. Und die Geschichte, die uns erzählt wurde, ist ja nicht unsere Geschichte, sondern es ist die Geschichte der Besatzer. Es ist ja in jedem Land so, jedes Land, was besetzt wird, bekommt ja dann die Geschichte der Besatzer, weil das war schon immer so. Und auch das sollte uns bewusst sein. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Informationen darfst du gar nicht veröffentlichen, weil du wirklich, weil es gefährlich ist, weil du auch juristisch verfolgt werden kannst. Deswegen musst du halt mit bestimmten Dingen sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Aber ich bin halt, also die Information, die ich habe und ich auch von vielen anderen bekommen habe, ist, dass wie so viele Dinge, die uns erzählt werden, ist auch das, was uns über unsere Geschichte erzählt wird, ist vieles auch nicht richtig. Und dann spricht nicht der Wahrheit nicht dem, was wirklich passiert ist. Ja, ja, dass die Geschichtsbücher, die sind ja so geschrieben, um uns in eine bestimmte Richtung denken zu lassen. Die sind entsprechend nicht der Wahrheit. Die sind manipuliert, darf man jetzt ruhig mal offen sagen. Und dieses Programm, was du eben angesprochen hast, ist mir sehr bewusst. Und ich habe da auch ein Video schon dafür vorbereitet. Es gilt einfach oder das Bestreben der reichsten Menschen dieser Welt, die wissen, dass Deutschland eine sehr große Stärke hat, dass die Menschen, die Deutschen, sehr stark sind. Und deswegen wurde oder wird immer noch versucht, diese Kraft wegzunehmen mit der Gehirnwäsche, wie du so schön gesagt hast. Man versucht also, die Deutschen schwach zu machen. Nur ist es so, es wird nicht gelingen. Denn es kommt etwas in Bewegung. Es ist etwas in Bewegung, was diese ganze Kraft wieder hervorholt, was die Deutschen sich erinnern lässt, weil es widerspricht alles, was hier geschieht, der göttlichen Ordnung. Und man kann einem Land, einem Deutschen nicht die Wurzeln nehmen. Man versucht es. Aber klar, bei den jungen Deutschen, es fängt ja jetzt heutzutage schon im Kindergarten an, was da geschieht. Und diese Beeinflussung, wenn dann mal die Älteren nicht mehr da sind, dann hat man wirklich ein Volk erschaffen, mit dem man leichter etwas machen kann. Aber das wird nicht so weit kommen, weil jetzt diese neue Energie des kosmischen Wendepunktes ja da ist, die wirklich sehr Mobilität, sehr viel Aktivität in die Menschen bringt. Wir sehen es ja, seit Januar ist in Deutschland was los. Und von daher wird ja auch auf YouTube sehr viel davon berichtet. Es sind ja genügend Lichtarbeiter oder genügend, so wie du, Menschen hier, die darüber reden und die eben dann die anderen Menschen dazu bringen, nachzudenken und zurückzufinden zu ihren Wurzeln. Ein Mensch, der entwurzelt ist, der hat natürlich keine Kraft. Der weht wie ein Blatt im Wind, mal dahin, mal dorthin. Und letztendlich ist Deutschland kräftiger und stärker als jemals zuvor. Und das wird sich zeigen. Das ist so meine Überzeugung. Und diese Politik, die uns dann schnell in die rechtsextreme Ecke drängen will, nur wenn wir allein mal an Deutschland denken, das ist nicht natürlich. Jeder darf sich freuen, in einem anderen Land eben diese Nationalität zu haben. Nur die Deutschen werden laufend unterdrückt. Also wir haben ein sehr großes Leidenspotenzial wohl, die Deutschen, damit das alles so weit kommen konnte. Aber es ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, ich sehe das genauso. Also durch die Energieerhöhung, die ja sehr, sehr stark voranschreitet. Wir haben ja eine immer höhere Energiefrequenz auf der Erde. Und dadurch kommt alles wieder in diese ursprüngliche, natürliche Ordnung. Und das passiert jetzt auf allen Ebenen. Das heißt, Menschen fangen an, sich zu erinnern. Lügen, das hast du auch gesagt in unserem letzten Gespräch. Die Lügen werden sofort, man fühlt, wenn jemand lügt oder die Unwahrheit sagt. Das heißt, diese ganze Strategie der dunklen Seite, die sie über Jahrtausende gefahren hat, über Spalte, Herrsche, Lügen, Manipulation, Menschen gegeneinander aufhetzen. Oder auch die Strategie, zerstöre die Wurzeln, die Geschichte eines Landes, spalte die Familien, steck am besten die im Sozialismus, die Leute sollen arbeiten, die Kinder kommen schon sehr, sehr früh in die Kita, sodass es keine funktionierenden Familien mehr gibt. Weil dann haben die Menschen nicht mehr die Wurzeln und nicht mehr diesen Zusammenhalt. Und sie können halt besser regiert werden. Diese ganzen Dinge, sie werden nicht mehr funktionieren. Weil jetzt Stück für Stück alles in diese göttliche Ordnung kommt. Das heißt auch, die Deutschen werden sich an ihre ursprüngliche Kraft erinnern und werden halt auch wieder dieses ursprüngliche Gefühl erinnern. Und auch die Wahrheit, die Wahrheit über die Geschichte, über die ganzen Fälschungen, die passiert sind, ist ja nicht nur in Deutschland passiert, ist ja letztendlich überall passiert. Weil auch die Weltgeschichte, die uns verkauft wurde, ist ja auch nicht die wahre Geschichte. All das wird, egal wie viel man versucht, das zu zensieren und zu unterdrücken, es ist nicht mehr zu stoppen. Und es werden immer mehr Informationen rauskommen. Und die Menschen können das alles prüfen. Sie können das recherchieren. Und wenn man die Sachen wirklich prüft und dann mit seiner eigenen Intuition nochmal sich das bestätigen lässt, dann weiß man einfach, ob bestimmte Dinge wahr sind oder nicht. Man fühlt es einfach in seinem Herzen. Und das wird halt immer stärker werden. Von daher, und auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel so unterwegs ist und viel reist, so wie wir das machen, wir sind ja auch schon seit vielen Jahren reisend, wir lernen ja ganz, ganz viele Menschen kennen aus den verschiedensten Nationen. Und was mir halt auffällt, ist, dass gerade auch die Menschen, die aus Deutschland kommen, haben oftmals schon ein sehr hohes Bewusstsein. Zum Beispiel in Bezug auf Ökologie, in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf Ernährung, in Bezug auch auf politische und soziale Zusammenhänge. Das heißt, ja, dass man schon nach meiner Erfahrung schon sagen kann, dass diese intellektuelle Macht oder dieses Verständnis oder auch, ich kenne so viele Menschen, die so tolle Erfindungen oder Projekte in die Welt gebracht haben, also aus dem deutschsprachigen Raum, diese Kraft, von der du gesprochen hast, die ist immer noch da. Und die wird zurückkommen. Also die ist jetzt, du hast gesagt, sie ist wieder da, sie ist auf einer energetischen Ebene wieder da. Aber das wird sich eben jetzt auch auf der materiellen Ebene zeigen. Ja, die ist jetzt noch abgedeckelt. Aber sie ist auf jeden Fall, umso kräftiger wird sie zurückkehren. Da bin ich mir ganz sicher. Und die geistige Welt sagt ja auch oft, die Wahrheit sucht sich ihren Weg. Das heißt, sie lässt sich nicht vergraben. Sie kommt immer wieder durch. Und dann wird auch vielen Menschen noch mal viel mehr bewusst, was hier eigentlich dieses Spiel ist. Ja, was dieses Spiel der Unterdrückung und des Leidens. Die Deutschen sind wirklich sehr geduldig, sehr geduldig. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das Fass überläuft, wo sie dann tatsächlich aktiv werden. Und die ganze Kraft mobilisiert wird, die hier in den Deutschen ist. Und das heißt also, in diesem Jahr, im Januar, hat es begonnen. Und das wird sich weiter fortsetzen. Hast du auch so dieses Gefühl, dieses Aktive, was hier auf einmal so blöd ist? Das war ja Ende letzten Jahres noch gar nicht so zu spüren. Ja, also das war ja auch interessant, dass mit dem Beginn diesen Jahres also schon so viel, also auch weltweit, also so viel passiert ist und so viele Veränderungen auch eingeläutet wurden. Also auf so vielen Ebenen. Also es ist richtig, es war fast so wie jeden Tag ist irgendwas Neues, Intensives passiert, was wirklich auch diese alten Strukturen, die wir so kennen oder mit denen wir so aufgewachsen sind, die wackeln ja immer mehr. Also alleine, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie jetzt dieses westliche System immer schwächer wird, wie der Dollar immer schwächer wird, wie jetzt immer mehr Staaten anfangen, zum Beispiel auf andere Zahlungssysteme umzusteigen, wie jetzt diese immer mehr Länder eben zu diesen Pricksstaaten gehen. Das heißt, dieser Westblock, der ist ja schon dabei, sehr, sehr stark abzubauen. Und das eröffnet aber auch ein Vakuum, sodass eben auch die Menschen in Deutschland jetzt wieder, es wird auch nochmal sehr spannend, was eben in Amerika passiert. Also da ist ja auch gerade sehr, sehr viel in Bewegung. Und das wird natürlich auch wiederum eine Auswirkung haben auf Deutschland, ob diese, die weiterhin versuchen halt die Kontrolle über Deutschland zu behalten oder ob sie es halt nicht mehr können. Und dann wird sich ja sowieso nochmal, wenn dieses Kontrollsystem nicht mehr funktioniert, und das wackelt ja auch schon. Ich weiß also auch schon von vielen, dass zum Beispiel bestimmte Behördensachen nicht mehr so bearbeitet wurden wie früher oder einfach nicht mehr so nachverfolgt werden können, aufgrund von Personalmangel oder aufgrund von Krankheitsständen. Denn das System ist schon am Wackeln. Und ich denke, es ist einfach so nur eine Frage der Zeit, bis wirklich diejenigen, die sich bisher immer noch zurückgehalten haben, bis die wirklich sagen, okay, jetzt, das ist die Chance. Also jetzt haben wir die Chance wirklich, weil es kann ja nicht sein, dass Menschen sich die ganze Zeit einfach nur anschauen, wie ihre Lebensumstände oder auch ihr Wohlstand, den sie sich ja auch mit sehr, sehr viel Arbeit und wirklich mit sehr großen Bemühungen erschaffen haben, wie der ihnen einfach Stück für Stück einfach mal so weggenommen wird. Das kann nicht sein. Also kein Kind lässt sich was wegnehmen. Wenn du es so nimmst. Und ja, das geht nicht weiter. Das geht nicht so weiter. Und ich habe auch eine Vision von Amerika. Und zwar ist die so, dass der Adler wegfliegt von Amerika. Das heißt, die Kraft geht verloren. Amerika verliert wirklich immer mehr an Kraft und somit auch an Kontrolle für Deutschland, an Unterdrückung für Deutschland. Das ist ganz klar sichtbar in meinen Visionen. Das heißt, dadurch, dass diese Kraft weggeht, haben wir dann mehr Kraft. Und dadurch wird sich einiges ändern. Also diese Stärke, diese Besatzungsmacht von Amerika lässt nach. Das ist ein Entwicklungsvorgang, der hier geschieht. Und dadurch wird es uns gelingen, wieder in unsere Kraft zu kommen. Ja, es ist so, dass in Amerika, also so, ich kenne ja auch viele, die dort leben, und mir auch immer wieder Informationen von da zukommen lassen, die sind einfach jetzt so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, Weltpolizei zu spielen, was sie ja über viele, viele Jahrzehnte gemacht haben. Und das wird sich eben noch weiter verstärken, dieser Zustand. Genau. Und was dann natürlich, weil ich meine, die Macht, die also weltweit die meisten Kriege geführt hat, die meisten gewählten demokratischen Regierungen beseitigt hat, am meisten Länder bombardiert hat, waren eben die USA. Und das, also die Phase ist vorbei. Wir hatten ja USA ganz klar als Weltpolizei oder auch als stärkstes Land oder stärkste Nation auf der Erde. Aber das ist, diese Ära ist wirklich vorüber. Das Ende ist absehbar, könnte man sagen. Ja. Also es sind riesengroße Veränderungen, die sich gerade anbahnen, die natürlich nicht von heute auf morgen geschehen, aber die jetzt beginnen, an Fahrt aufzunehmen. Und einiges in der, ich sage mal, Weltordnung zu ändern. Und das ist die Chance für uns hier und nicht nur für Deutschland, sondern auch für alle anderen deutschsprachigen und europäischen Länder, da aktiver zu werden. Und die geistige Welt sagt auch, dass Deutschland jetzt, obwohl es am Schluss ist, am Aktivwerden, die Richtung angeben wird und alle anderen Länder stärken wird. Das heißt, dadurch kommt eine große Welle der Veränderungen in Europa zustande. Das beginnt jetzt. Das ist der Beginn von etwas ganz Großem, was sich über die nächsten zwei Jahre, mindestens zwei Jahre fortsetzen wird. Und dadurch kommt letztendlich diese große Freiheit, dieses Gefühl, endlich wieder bei sich selbst zu sein, endlich in der göttlichen Ordnung zu sein, wo jeder Mensch seine Stelle hat, wo er lebt und glücklich sein kann. Und dazu, dass es soweit kommt, müssen eben gewisse Veränderungen stattfinden, die jetzt sich manifestieren. Und das ist eine sehr gute Richtung. Und dann werden die Aasgeier am Schluss gar nicht mehr um uns kreisen, dann werden sie weg sein. Und das ist also, so sind meine Visionen, meine Bilder, die ich bekommen habe. Und es sind letztendlich Dinge, über die wir uns freuen können. Und dass die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, durch die gehen wir hindurch. Denn sonst kann sich ja nichts ändern. Und das werden wir meistern. So ist mein Gefühl dafür. Ja, und die Veränderung wird auch, so nach meinen Informationen, auch weitestgehend friedlich verlaufen. Auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, es kommt Krieg oder so. Nein, es ist eine andere Art der Bewältigung der Probleme. Und es wird also, große Unterstützung kommt durch die geistige Welt, die uns ja immer friedliche Dinge tun lässt. Da ist ja, gibt es ja keine anderen Energien. Und auch über die Sternenfreunde unseres Starsits. Es gehört ja alles zusammen. Wir sind ja, die Erde ist ja nur so ein Sandkorn, ein Körnchen in einem großen Sandhaufen, wenn du so willst, im Universum. Und alle, alle Wesen sind Wesen Gottes Schöpfung und haben die Unterstützung für den Frieden, für das gute Leben untereinander. Das darf man niemals vergessen. Ja, also das ist sowieso, wenn man mal sich das Treiben auf der Erde aus einer höheren Perspektive anschaut. Alleine die Tatsache zum Beispiel, dass es eine deutsche Regierung gibt, die die ganze Zeit sagt, wir müssen mehr Waffen liefern, wir müssen den Krieg in der Ukraine sozusagen gegen Russland kämpfen und so weiter. Anstatt, dass sie sagen, lass uns Friedensverhandlungen führen. Also alleine das, also das wirklich die einfachsten Dinge, die eigentlich jedes Kind verstehen müsste, dass also ein Krieg niemals eine vernünftige Lösung ist, um einen Konflikt zu regeln. Sondern, dass es immer nur zu unendlich viel Leid und Zerstörung führt, dass selbst diese einfachsten Dinge von diesen Menschen, die sich jetzt irgendwie Volksvertreter schimpfen, nicht verstanden werden. Das ist ja eigentlich schon Ausdruck genug. Und es ist sowieso, wenn man jetzt mal das Ganze aus Sicht der geistigen Welt betrachtet, dass das Leben auf der Erde könnte ja so einfach sein. Wir könnten halt einfach uns gegenseitig respektieren. Also wenn wir einfach nur dieses Prinzip leben würden, dass jedes andere Leben von Gott geschaffen ist und einfach das Recht hat, seinen ganz eigenen Weg zu gehen und seine ganz eigenen Erfahrungen zu machen und dass wir nicht das Recht haben, da einzugreifen. Also wenn jeder Mensch nach diesem einfachen Prinzip leben würde, dann hätten wir schon Frieden. Weil dann würde sich jeder nur damit beschäftigen, wie kann ich selber ein glückliches Leben führen und ich lasse die anderen oder ich unterstütze sogar noch die anderen, weil ich weiß, wenn ich die anderen unterstütze, unterstützen die mich auch, weil wir ja sowieso alle eins sind. Und es ist aus dieser göttlich-geistigen Perspektive ja kaum verständlich, dass es immer noch sowas vorsintflutliches wie Kriege, Waffen, Gewalt, Neid, Missgunst und diese ganzen Dinge gibt. Und es ist jetzt wirklich in der Zeit, dass auch das alles wieder in diese göttliche Ordnung kommt oder Schlachthäuser, wo eben unzählige Tiere umgebracht werden, damit die Menschen irgendwie sich ein ungesundes Stück Essen, was man ja kaum Essen nennen kann, was dann wiederum negative gesundheitliche Folgen hat. Also all diese Dinge, das wird es alles nicht mehr geben. Und das ist jetzt so dieser, also erstmal kommt dieser Prozess, wo die Menschen verstehen, was alles falsch läuft und dass das alles wie so ein Aufwachen aus so einem bösen Traum, dass sie merken, oh Gott, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit gedacht und getan. Und das war ja gar nicht ich, ich war ja wie ferngesteuert oder manipuliert und dass sie dann eben anfangen, eben diese neuen Wege zu gehen und neue, gesunde Dinge im Einklang mit dem Lebendigen eben zu tun. Ja, es ist eine ganz spannende Zeit, in der wir leben und an sich sollten wir dankbar sein, jetzt gerade hier zu sein, denn wir haben es ja in der Macht, mit unseren Taten, mit unseren Reaktionen wirklich etwas Wundervolles, Neues, Schönes zu erschaffen. Und wenn man den Fokus darauf lenkt, dann sieht das alles, was hier so geschieht, gar nicht mehr so schlimm aus, ja, dann ist das einfacher, durch diese Zeit hindurch zu gehen und dann wirklich auch mit der Vorstellung, wie es sein könnte oder wie es sein wird, wie es sein soll, dieses Zusammenleben, dass man sich einfach respektiert und akzeptiert und gegenseitig unterstützt. Ja, ja. Und dass wir das eben, wenn wir schon wissen um diese Gesetzmäßigkeiten, dass also alles, was anderen zugefügt wird, letztendlich auch uns selbst zugefügt wird, weil es ja diese Trennung gar nicht gibt, auch diese Trennung ist eine totale Illusion. Und wenn wir anfangen, mit uns selbst und allen anderen Lebewesen, Menschen, mit unserer Erde liebevoll umzugehen, dann muss sich das alles auch in die richtige Richtung verändern. Und das können wir ja jetzt schon tun, also und zwar jeden Tag. Also was essen wir? Gemüse oder essen wir Leichenteile? Alleine das können wir schon jeden Tag neu entscheiden, wie wir uns da verhalten. Wie gehen wir mit unseren Nachbarn um, wählen wir liebevolle, freundliche Worte, lächeln wir Menschen an oder machen wir ein krimmiges Gesicht oder regen uns auf, weil jemand vielleicht uns komisch angeguckt hat. Also wir haben immer die Wahl, ob wir wirklich eine positive, liebevolle Energie in die Welt bringen oder eben nicht. Und so können wir eben dieses Neue jetzt schon erschaffen. Wir müssen nicht darauf warten, dass es irgendwann die geistige Welt für die Zukunft für uns regelt, sondern wir können jetzt, heute, in diesem Moment damit anfangen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass es die Menschen verstehen. Und ich weiß auch, dass es ganz viele, ja, auch gerade bei mir auf dem Kanal oder bei dir auf dem Kanal, da wissen das die Menschen ja schon. Und da isst man ja auch schon liebevoll im Umgang miteinander und da isst man ja auch kein Fleisch und da hat man ja diesen ganz anderen Blickwinkel schon verstanden. Und das wird sich natürlich durch unser Vorleben auswirken auf die Gesellschaft, auf alle anderen Menschen. Und wenn du jetzt in den Supermarkt gehst oder so, siehst du immer noch, wie viel Fleisch gekauft wird. Du siehst es halt und es wird ja auch immer angeboten, aber ich weiß nicht warum, ich habe so das Gefühl, ich meine, dass es immer weniger wird. Und dass das da schon eine Änderung im Gange ist und die Menschen verstehen, weil es ist ja auch ungesund, es ist ja für den Körper absolut nicht gut. Und dieses Todeshormon dann mit zu essen und so, das ist halt so eine Sache, das muss sich jeder überlegen, ob er das will. Und also es spielen, ich wollte nur noch sagen, es spielen so viele Faktoren eine Rolle bei dieser Änderung, in die wir hineingehen. Also es ist ja jetzt nicht nur Fleisch essen oder so, es ist einfach auch wirklich dieses Miteinander, dieses neue Finden des Miteinanders. Ja, ich habe gerade einen Bekannten getroffen, der hat mir erzählt, dass er eher vor zwei Jahren plötzlich nicht mehr in der Lage war, Fleisch zu essen. Das ist halt wirklich über Nacht gekommen, weil er einfach, er konnte es nicht mehr. Und das ist halt einfach etwas, was auch passieren wird durch die Schwingungserhöhung, dass wir halt fühlen, dass wir eher uns zu lebendiger, gesunder Nahrung hingezogen fühlen, anstatt zu toter Nahrung. Auch das ist ein Prozess, der wird ganz natürlich eben stattfinden. Und wir können natürlich aber das auch fördern, indem wir bestimmte Dinge vorleben oder indem wir über bestimmte Dinge aufklären. Und einfach auch dieses Erinnern, dieses Erinnern fördern, dass man sich auch bewusst macht, ja, was, also möchte man, ist es das wert, dass man für ein bestimmtes, für eine Mahlzeit, dass man deswegen das Leid eines Lebewesens in Kauf nimmt? Und, ne, obwohl es ja schon Alternativen gibt, die genauso schmecken und eine gleiche Konsistenz haben, es muss nicht sein. Und deswegen dieses Bewusstsein, das wird halt auch immer, ne, zum Beispiel, wenn ich mir, ich schwimme ja sehr, sehr viel im Meer und sehe dann halt auch immer Fische. Und ich finde halt, wenn ich dann aber manchmal irgendwo am Stand vorbeilaufe und sehe dann diese ganzen Fischleichen da aufgebahrt, ne, und ich denke, hey, die sind so wunderschön im Meer, die sind so tot auf so einem Stand, und es stinkt, ne, es ist einfach schade, dass die Tiere nicht einfach da, dass man die nicht einfach da schwimmen lässt, ne. Wenn man sich das mal bewusst macht, wo kommt es, wo kommt denn eigentlich dieser Fischeher, wie lebt der eigentlich, welche Schönheit verbreitet der im Wasser, ne, wenn er lebendig ist? Naja, ich habe früher getaucht und ich weiß, wie das aussieht im Meer und wie schön das ist, wenn man, also die Fische so sieht, wie sie um einen herum schwimmen und diese Farben und das Leuchten, das ist schon sehr schön, so ein Erlebnis. Ja, das mit dem, was du gesagt hast, dass die Menschen das Fleisch nicht mehr vertragen, das hatte ich selbst erlebt, erlebt vor 20, 25 Jahren, da gab es, da war so ein Sommerfest von der Reiki-Gruppe, damals habe ich Reiki gemacht, und dann gab es tatsächlich eben gegrilltes Fleisch und ich hatte da was gegessen und mir war es so schlecht, mir war es so übel danach, dass ich das also nicht mehr getan habe, das war also so ein Zeichen. Und die geistige Welt hat ja auch gesagt, die Menschen werden nicht mehr in der Lage sein, dieses Fleisch oder allgemein Fleisch zu essen, weil die Tiere in sich Stoffe erzeugen, die wir nicht mehr vertragen. So wurde das damals erklärt und das heißt also, die geistige Welt hilft schon, sie hilft trotzdem so, sie schubst so ein bisschen an und es geht dann doch den Weg der göttlichen Ordnung. Das heißt also insgesamt für Deutschland, sonst kommen wir vom Thema ab, also für Deutschland ist der große Umbruch jetzt noch mehr spürbar als wie schon die Jahre zuvor, er war ja schon immer spürbar. Und damals hieß es, also letztes Jahr hieß es immer noch, wir sind in der Zeit des Wandels. Jetzt hat es sich geändert, wir sind in der Zeit des Umbruchs, also der Aktivität. Und das heißt, es kommt immens was in Bewegung, immens was in Bewegung, was die Menschen auch zum Nachdenken bringt, denn all diese Fakes, die Fake News, ich denke ja nur an die Demonstration, das war so offensichtlich, die Demonstration gegen Rechts, was hier alles inszeniert wurde und es gibt ja, ich wage zu behaupten, in der Politik fast nichts mehr, was nichts inszeniert ist. Und das wissen die Menschen mittlerweile, die wissen das und es sind immer weniger, die diesen Manipulationen noch sich fangen lassen und das gibt diese große Aufwachenergie. Das ist diese Energie, die wir auch brauchen für die Gesamtanzahl der Menschen, dass da eben die Fakes nicht mehr bestehen, dass die ganz schnell aufgedeckt werden und dass dann jeder über die lacht. Das ist ja, das verliert ja, das geht ja alles genau ins Gegenteil los. Das war die Demonstration gegen Rechts, jetzt hat sie eigentlich rechts gestärkt, weil alles gefakt war, wenn man so nimmt. Ich beziehe jetzt keine Stellung, ich beziehe absolut keine politische Stellung, aber ich sage nur, letztendlich durch die Fake News haben sie genau das Gegenteil erreicht. Ja und auch das, allein diese Klassifikation in links, rechts, ich habe mal ein Video gemacht, das hieß, die Einteilung in links oder rechts gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, weil das ist einfach, letztendlich ist die Frage, die wir uns stellen sollten, wer ist für das Leben und wer ist gegen das Leben? Das wäre eigentlich die richtige Frage, die man sich wirklich, wer ist für die Menschen, wer ist gegen die Menschen? Und das ist die entscheidende Frage, nicht ob jemand, weil es ist ja sowieso, Schubladen funktionieren sowieso nicht. Das ist natürlich auch ein beliebtes Mittel von Teile und Herrsche, dass man Menschen in Schubladen steckt, weil dann haben sie halt ein Stigma, dann muss man sie nicht mehr ernst nehmen und dann muss man sich nicht mehr mit ihren Inhalten beschäftigen. Deswegen wurden ja immer Menschen auch verurteilt, damit man sich eben nicht mehr mit ihren Inhalten auseinandersetzt. Weil wenn die Menschen sagen, ja die Person ist sowieso das und das, so nach dem Motto, die ist einfach nicht normal, dann ist sie damit sozusagen außer Gefecht gesetzt, weil man sich nicht mehr anhört, was diese Person zu sagen hat. Und was auch interessant ist, es wurde ja auch immer extrem gegen Trump gehetzt, gegen Putin gehetzt, aber wer hört sich denn mal wirklich echte Reden an? Also das ist ja sinnvoll, zum Beispiel auch mal eine Aufforderung, sich wirklich mal anzuhören, was Putin sagt, anstatt immer nur das sich zu holen, was irgendwelche anderen sagen, was er angeblich gesagt hat, sondern wirklich mal, was hat dieser Mann zu sagen und was ist da möglicherweise dran? Also sich wirklich mehr die Informationen aus einer eigenen Quelle oder aus der Ursprungsquelle zu holen, als die Interpretationen davon, denen zu folgen. Und sich wirklich die Frage zu stellen, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, mehr die Frage zu stellen, ja was sind denn die Früchte von einer Person, welche Inhalte bringt sie denn in die Welt, ist es wichtig? Und wenn es eben wichtig ist oder wirklich zum Beispiel ein Aufwachen oder mehr Informationen in die Gesellschaft bringt, dann ist das sehr, sehr positiv. Und deswegen ist auch dieses Einteilen von, früher war es, also vor 20, 30 Jahren wurde gegen links gehetzt, jetzt wird gegen rechts gehetzt, aber was ist links, was ist rechts, das ist sehr, sehr relativ. Ist man rechts, weil man sich für Deutschland einsetzt? Oder ist man rechts, weil man nicht will, dass Deutschland mit Migranten überflutet wird? Wenn das schon ausreicht, um in eine rechte Ecke gesteckt zu werden, dann ist es einfach belanglos. Ja, in Deutschland reicht ganz wenig aus, um in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das ist halt auch alles übertrieben und die rechte Ecke wird halt jetzt gerade schlecht gemacht. Das sind alles Interpretationen. Im Prinzip reicht es aus, wenn du einfach gegen den Mainstream bist, wenn du also nicht regierungs- oder systemkonforme Informationen oder Meinungen verbreitest, dann reicht es aus, dass du halt irgendein Label bekommst, rechts oder Verschwörungstheoretiker oder was sie sich alles da ausgedacht haben. Aber ich meine, wer immer noch an diese Sachen glaubt, der hat einfach auch noch nicht so viel begriffen, wie eben diese Manipulation funktioniert. Das ist richtig. Und da gilt es halt vorzuleben und aufzudecken. Aber gerade durch diese Fake News, das ist ja offensichtlich. Und diese Informationen gelangen ja auch zu denen, die es noch nicht so begriffen haben. Und da, es gibt doch eigentlich schon was zum Nachdenken. Was auch interessant ist, es gibt mittlerweile, gab es sogar im WDR eine Sendung, wo ein Virologe also über die Schädlichkeit der mRNA-Impfstoffe berichtet hat in der WDR-Fernsehsendung. Also auch da tut sich was. Also er behauptet im Prinzip das, wofür die Leute früher auch wieder in irgendwelche Ecken gesteckt wurden. Und das kommt jetzt sogar im WDR. Also das heißt, auch da kommen auch bestimmte Dinge, die man da früher nicht gefunden hätte. Ja, das heißt also, im Mainstream kommen tatsächlich auch dann mal die Wahrheiten teilweise ans Licht. Und das ist beachtlich, weil das ist ja eigentlich in der Hand der anderen. Da ist es ja die Diktatur, dass sie nur das sagen dürfen, was die anderen eben möchten. Und somit dann, um die Meinung des Volkes zu bilden, mit ihren Aussagen und ständigen Wiederholungen, mit dieser Massenmanipulation, die hier stattfindet. Und tatsächlich gibt es dazwischen immer wieder mal solche Sendungen, wie du jetzt gerade gesagt hast, wo man über die Wahrheit spricht, was ja ein gutes Zeichen ist. Das heißt also, auch da ist etwas im Gange, was uns unterstützt. Ja. Und die Menschen, die viel Fernsehen schauen oder viel Nachrichten schauen, die hören das dann auch. Aber das ist dennoch ein langer Weg. Ein langer Weg. Und das überwiegt halt noch nicht, sondern das sind nur manchmal eben Sendungen. Aber immerhin, es ist der Beginn. Und wir sind ja auch noch am Beginn. Ich meine, das, was wir, diese ganze Beeinflussung der Deutschen, die ganze Phase der Kleinmachung der Deutschen, geht ja auch schon über ein paar, ja, nicht nur seit dem Zweiten Weltkrieg, denke ich, das ist auch schon früher, also vehement seit dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall. Aber eben diese Energie kann nicht innerhalb von einem halben Jahr aufgelöst werden. Das heißt, es ist jetzt auch nochmal ein Prozess, in dem wir eben sind. Und letztendlich betrifft es aber ja die ganze Erde. Es geht ja, das, was hier in der Vorbereitung ist, betrifft letztendlich den Aufstiegsprozess der Erde. Und das ist unser Ziel, dass wir da wieder in die göttliche Ordnung kommen. Wenn ich die Erde betrachte im Universum, so mit meinem dritten Auge, dann sehe ich das Gitternetz des Universums, wo die Planeten ihren Platz haben und aufgehoben sind. Und die Erde, die ist eben da so unten weiter rausgerutscht, so ein bisschen aus dem Gitternetz und muss angehoben werden in die göttliche Energie wieder nach oben. Und dafür sind wir auf die Erde gekommen. Und da bewegt sich im Moment einiges. Und das heißt also auch, für Deutschland wird es jetzt den wichtvollen Weg noch viel stärker geben und der wird noch viel stärker spürbar sein. Ja, es war eigentlich sehr schön jetzt, was wir alles sagen konnten. Und das heißt also, macht weiter so, bleibt in eurer Kraft, seht mit euren Herzen, sprecht mit euren Herzen und fühlt mit eurem Herzen. Und das Fühlen im Herzen ist die Verbindung zur göttlichen Liebe, zu eurer Seele, zu unserer Seele. Und das gibt uns die Kraft und die Weitsicht, hilft uns auch zu erkennen, was Wahrheit ist, was Unwahrheit ist und den Weg, unseren eigenen Weg zu erkennen, den ein jeder selber gehen muss, sollte und wird. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Vielleicht noch einen Satz oder irgendwas zur Bestätigung oder zur Ermunterung für die aktuelle Zeit? Ja, also das ist jetzt gerade mit dieser Unterstützungsenergie, die wir bekommen, dass wir wirklich in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten und dass wir uns auch Dinge wirklich trauen können. Und jetzt diese Energie wirklich zu nutzen, das gibt ja immer auch so ein Momentum. und dieses Momentum, jetzt wirklich über uns selbst hinaus zu wachsen, das zu tun, was wir uns vielleicht schon immer vorgenommen haben oder wovon wir immer geträumt haben, also wirklich größer zu werden und eben nicht, ja, auch dieses, ich meine, ich lebe das schon sehr, sehr lange, dass ich wirklich, wenn ich irgendeinen Traum habe, mir immer sofort die Frage stelle, okay, was kann ich tun, damit dieser Traum Wirklichkeit wird? Also ganz konkret und praktisch und dass ihr euch auch diese Energie jetzt euch zunutze macht und wirklich losgeht, Dinge umsetzt, Dinge verändert, Dinge angeht und einfach in dem Wissen, auch wenn vielleicht Ängste da sind, aber auch diese Ängste zu überwinden und je mehr ihr damit erfolgreich seid, desto mehr Energie bekommt ihr und desto mehr Selbstvertrauen. Und das ist einfach eine wundervolle Möglichkeit, jetzt richtig loszulegen und in diese wahre, wörtliche Essenz zu gehen. Und ja, also ich kann euch nur ermutigen, also wenn du irgendwas vorhattest, wenn du irgendwelche Ideen hast, Träume, Pläne, dann setz das jetzt um und mach es jetzt. Genau, das hast du sehr schön gesagt und ich danke dir, lieber Matthias, dass du heute bei Smarana bist und für dieses schöne Gespräch und ich wünsche mir für uns alle das Allerbeste. Danke, liebe Monika. Alles Liebe für euch zu Hause. Vielen Dank.